Elena, eine arme Früh, aber eine schmackige Früh, wo eine Lohnung, wo die Schöne auch sei, die Schöne röpte ja, damit er die Schöne nicht lohnt. Sie wird sehr glücklich. In diesem neuen Tag, wenn sie schöne ich war hier vorne, und Elena das ganze Lohnung in dem Palast du bin, dann kommt ein Däuner an und dann sage ich, Elena, deine Mama ist sehr krank. Elena und seine Trübelin holt sich den Korps von dem König und fährt ihre Mama besiegen. Aber dort wird sehr stoffvoll. Während der König seine Däuner an ihr steht, wird man dort bestraft. So, wenn Elena von ihrer Mama trägt, und dem König wird gesagt, was da passiert ist, dann geht der König an, und dann sagt er, dort ist ein sehr fern. viel Leute haben sie für ihre Mama, so wie wir wollen sie in der Leben auf Spalte sagen für ihre Mama. Die Leute werden über Säue. Nachdem er wieder hat Elena im Garten, allein, sie hat ein Opel, und dann kommt der König vorbei. Und der König sagt, ja, wie sieht sie, die schmeckt das Geld? Elena schreibt den Opel an, sie hat den König ein ungebetener Opel. Und der König nimmt ihn bitte auf, und sagt, schmeckt das Säue gut. Du bist eine feine Früh. Du hast den letzten Opel ab für mich. Die Leute über Säue. Und er sagt, wir haben eine Ahnung, für den König. Der Jörn verjängt, und so verjängt auch der Leute zwischen den König und Elena. Nur ein paar Jahre sollte der König mit seinen Freund haben, und dann sagt er, ich weiß nicht, wo Elena hier noch aus der König ist. Der hat mich noch niemals so behandelt als den König. Der neue Miene-Korre, der hat mich dort bestraft, und ich verjöfte dich. Der hilft mir ein Steg Opel, ein ungebetenes Steg Opel, aus dem König, wo er noch an ihr seine Läufe ging. Das sagt in Römer Kapitel 4 falsch auf, Der Gott, der König über Himmel und Erde, der läuft uns, wenn es wenig Sinn da wird. Der schickt an seinen Sehen, Jesus Christus, wenn es wenig Sinn da wird. Hier, ich fügt ihn ja ab. Wir dachten auch den Gott, was er noch an ihr wäre. Was schlägt wir vor Gott. Aber hier läuft uns. Wo behollen wir denn, ich, unseren Gott, von diesem Tag? Seid wir uns klar, dass Gott als König ist, und heute unser Respekt soll kreieren, und heute unser Ihr soll kreieren, unsere Anbetung. Wenn wir drei kregen, das jüdische Volk, seid wir ihnen so genähen, mit Gott sei nun, sie würden so ihr abpassen, weil sie das sehen, dass sie sich nicht versinnen, dass sie sich nicht erreicht, den Namen sei. Ich will uns mutter sprechen. Wer würde sagen, Gott ist uns König. Heute soll alle Ihr, alle Anbetung, in alle Majestät kreieren von uns. Wer würde uns an Gott selbst behalten, dass heute uns wieder leben können. Wir haben an Gott, wo er uns läuft, warum wir das nicht tun. Seid ihr Leute geht nicht ab, dass es den König für ihr Leben ist. Aber heute wird, dass wir am Lügen, Präsen, umbeten, in den Spalten, aus uns höchster König. Gottes Ehre.